so leute weiter geht hier mit mir kraft ja was wollten wir tun jetzt mal hier gepennt so war auf hier ja tun wir denn jetzt ja einer von euch hat ja vorgeschlagen hier eine glasdecke reinziehen ja könnte eigentlich machen hier da braucht man da braucht man sand ich hab sand hier ich will das war nicht direkt vor haustür hier ab und da hinten aber sand und es wächst wächst was so dann jetzt habe ich irgendwas habe ich jetzt was ihnen gesammelt keine an dann sammeln wir mal hier den sand ihn hier noch ein bisschen da noch und da schwimmt schon wieder eine kuh ich habe immer badende kühe da hinten ist auch noch eine da ist ein badender hund oder rolf oder was auch immer sind immer badende kühe unterwegs ja keine ahnung so mal hier den ganzen dreck hier weg ja ich habe nebenbei auch mal ein bisschen probiert so nebenbei und da ja mein headset ja im arsch war und ja bin auch auf zwei drei weitere sachen gekommen unter anderem ja was ich mich gerade frage warum hier nicht die schaufel benutzen doch schneller unter anderem da bin ich gekommen ja immer noch mit immer noch mit und kohle kohle wir können kohle in das hat noch hier und das nehmen auch noch mit und da haben wir ein loch aber das film auf dann 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 ist noch eins und wie viel sand haben wir denn jetzt jetzt haben wir ja ich glaube da kommen wir doch ein bisschen aus wo geht es denn da entlang ja können wir ja nachher mal nachschauen so da mal rein hier wo haben wir denn unseren ofen da man so haben wir ja drei ha 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 da hast du schon sechs stück so ach schmeißen wir mal rein hier und dann das da rein und ja dann können wir hier eigentlich die decke wieder auch rausreißen ja wie sieht das von außen aus muss ich mal rauf gehen mal gucken hier ja schön sieht es nicht aus dann holz mal da alles wieder weg ja wie weit ziehen wir identität jetzt weg hier ruf ruf so so ja wie weit sind wir denn die er ups Wie weit ziehen wir denn die Decke hinter? Ja, gute Frage. Na man, das machen wir erst mal weg hier. Das fliegende Zeug. Und Oh, das war zu viel. So, ja, ich würde sagen, wir können einfach hier eine Decke reinziehen und gut ist. Die Wände muss ich auch irgendwann mal machen. Wie viel Holz habe ich denn? Ja, gut. Hätten wir eigentlich genug. So, ich brauche jetzt Glas. Acht Stück. Na ja. So, so, so. Und dann jetzt hier. Können wir da eigentlich auch Glas machen. Wird fast schöner ausschauen. So, ja, haben wir jetzt nichts. Mit dem dauert es wieder so ewig. Ach, nochmal runter. Ja, bin ich schon wieder in Peaceful. Ach, nee. Ja, wo habe ich denn hier? Äh, Options. Hier mal her. So. Dann brauche ich eine Ext. Eine Ext, eine Ext. Ich habe eine Ext. So. Und dann hauen wir da mal das Holz weg. Da ist schon wieder eine Kuh. Die Teile verfolgen mich echt. Ja, ist doch gut. So und so. So, mal schön einsammeln das alles hier. Und dann könnte man da unser Ding da, Dingens, das Glasdach da. Mal raufklopfen hier. So, wie sowas denn bauen. Ich würde sagen, so und so. So. Ich denke, das geht in Ordnung. Ja, ist doch gut. Ist doch mir egal, wenn es da nicht gefällt. Blöde Kuh. So. Ich habe kein Glas mehr. Ich brauche noch mehr Glas. Ich habe, sonst habe ich Glas. Und dann habe ich noch ein Glas. Und dann wieder rauf. Ne, rauf. Rauf, rauf, rauf. So. So, 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 so. Und so. Und jetzt dann so und so. Und ja, ist doch gut. Ach, wisst ihr was, was ich jetzt mit dieser blöde Ja, ja. So. Und da schwimmt schon wieder ein Schwein. Ha. So, wieder vier. Ach, das dauert noch. Ja, was könnte man denn in der Zwischenzeit machen, wenn hier das Glas brutzelt. Ja, ach, wir könnten mal die Truhe bestücken gehen. Habe ich auch rausgefunden. Einfach rechtsklick und ha. Was könnte man denn hier? Was brauchen wir denn? Ach, das schmeißen wir mal rein. Das schmeißen wir mal rein. Das, das, das. Äh, das und das und das und. Ach, die Dinger können wir auch mal rein. Und das schmeiß ich auch mal rein. So, gut. Belassen wir mal dabei. So, haben wir wieder acht Stück. Hopp. Und jetzt hier. Wie machen wir denn hier? Ja, machen wir das so. Oh, eins, zwei, drei. Und dann, 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 dann. Dann verlängern wir mal das hier. Machen wir das so ein bisschen natürlicher. Das holen wir mal weg. So. Und dann machen wir da noch. Und fertig. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist das auch noch nicht fertig. Aber, das Glas ist fertig. Aber noch nicht ganz. Wieder nur fünf Stück. Äh. Ich brauche mehr Glas. Ich könnte mir ja so einen zweiten Ofen hier rein. Kloppen. So, das war. So, so, so. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. So. Ähm. Ja, jetzt habe ich da keine. Keine Köhle. So. Ja. Und unser fliegender Baum thront über unserem Haus. Ich muss hier unbedingt eine Decke reinziehen. Das sieht nicht schön aus. Hm. Und jetzt wird es dunkel. Es wird dunkel. Ha. Ah, beeil dich mal hier. Komm, komm, komm. Jetzt kommen mir hier wieder die Viecher. So. Ah, da werden wir nicht auskommen damit. Oh je. Oh je. Da kommen mir wieder diese grünen Typen. Oh, das wird knapp. Das wird kna. So. Ich brauche noch mehr. Noch mehr Glas. Mehr Glas. Mehr Glas. Viel mehr Glas. Oh je. Oh je. Das wird knapp. Das wird kna. Ha. Ach, da brauche ich ja noch wesentlich mehr. Ha, ha, ha. Brauche ich mal denn noch? Äh. 9, 10, 11, 12 circa. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ja, tu mal weiter hier. Komm, komm, komm. So, so. So, 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 so. Ei, drei Stück. Brauche ich noch drei Stück. Ha, ha, ha. Eins. Drei. Ha. Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Ach. Und jetzt rein in die Bude. Tür zu. Und. Hä? Hä? So. Dann können wir hier mal das wegnehmen. Und da nehmen wir das auch mal weg. Lassen wir das mal fertig. Werden. Und ja. Ja, ja, ja. Ach, passt schon. Ja, wie gesagt, die Wände muss ich dann mal hier renovieren. Und dann. Ja. Diese Kühe. Diese Kühe. Ja, Ruhe her. Verschwinde her. Psst. Weg. 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 Böse Kuh. Böse Muku. So. Das wieder rein. Und das wieder rein. Und. Ja, da. Jetzt was hat denn die Kuh? Verschwinde mal hier. Kst. Ja. Auf dich aufzuregen hier. Jetzt ist sie schon wieder da. Was geht mit diesen Kühen hier? Mein Haus wird belagert von Kühen. Das ist mir unheimlich. So. Das schmeiße ich jetzt mal rein. Das da noch dazu. Diese Kühe. Ja gut. Das lasse ich mal brutzeln. Und hier. Die Kuh. Lasse ich hier mal stehen. Und ich gehe mal eine Runde. Unheimliche Geräusche. Ich gehe mal hier eine Runde pennen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann Leute. Ciao. Ciao. Ciao.